Das Auf und Ab bei den bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen geht in Österreich weiter. Binnen eines Tages wurden laut dem Innenministerium 56 positive Virustests registriert. In den vergangenen Tagen waren es jeweils um die 100 gewesen. 21 davon entfielen auf Oberösterreich, 20 auf Wien. Bisher gab es in Österreich 18.421 positive Testergebnisse. Mit Stand Dienstagfrüh 9.30 Uhr sind österreichweit 706 Personen an den Folgen des Coronavirus gestorben. 16.686 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 91 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 10 der Erkrankten auf Intensivstationen, heißt es aus dem Innenministerium.